Herzlich Willkommen zu einem Anfang auf der Karte. Wir arbeiten weiter mit Heu sammeln. Dann müssen wir noch Gras mähen. Dann nehmen wir den Helfer. Wir müssen den Helfer hinkillen. Dann äh, genau. Wir haben weiterhin unser Nachhaltenszettelzeug. Ich glaub Mischgetreide. Also wir treffen weiter mit der Karte, Mischgetreide, genau. Das ist eine Probeaufnahme. Wie eine reguläre Aufnahme. Also eine Probeaufnahme. Ich versuch mal eine neue Videobearbeitungssoftware. Das ist nur, naja, ein Test ist, Test ist auf jeden Fall. Jetzt mach ich auch nur eine Aufnahme. An diesem Test. Um zu sehen, ob das äh, gut funktioniert. Hier. Sollte keine Einbüßen gehen. Ja, da waren wir fertig gewesen. Mit Dünger ausbringen. Wollte den Kühnen noch Wasser geben. War nämlich knapp. Da muss man den Takt daneben hier. Entschuldigung. Ups. Na. 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 Es geht rein. Es geht übers wieder. So, Wasser und Kälmen-Tank, holen wir mal einen Schwung. Schauen wir mal ganz kurz, wie weit da unser Mais ist, am Wachstum. Dann müssen wir noch ein bisschen gedulden. Wir wollen ja mindestens schön komplett arbeiten. So, Wasser kriegen sie jetzt. Die Mischfeuer dauert noch ein bisschen, dann wollen wir noch sehen, dass wir Silage machen. Vielleicht noch ein Fugawasser. Wie können wir doch fahren. Ich werde die Straße zaubern. Ich hätte nicht schlafen sollen Nachmittag. Das bekommt man ja nicht. Wenn man recht wach, wenn man das Frühstück so früh aufstehen muss, dann ist es irgendwo schwierig wach zu bleiben. Das ist mir ein flotter Zeitpunkt. Das sieht gut aus. Wie 0% Und der ist voll. Fast voll. Ja, gut. Das ist toll, wenn wir überlegen. Ob es ein Lager fahren oder Espressen. Auf den Karte fahren muss man ein Lager. Ja. 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 schon wieder voll was zu tun aus mit dem Zeug jetzt habe ich gar nicht geguckt ob die Aufnahme überhaupt läuft dafür habe ich extra so eine meistens Fetze aus und dann sehe ich den Startbildschirm also normalerweise die Aufnahme von den Symbolen her ja oh wieder Keine ganze Warnäck. Langsamer fahren. Das Format einbauen. Dann geht das. Gut stehen lassen. Da wird der andere Kurs besser gewesen. Hoch und runter. Aber irgendwie wollte ich den Kurs nicht anders einzeigen. Der arbeitet auch fleißig. Dann muss ich noch eine Ladung Wasser holen. Da war auch noch ein Gebäude. Und Platz holen. Ich dachte mir so an links. Wie da irgendwo. Aber aktuell fehlt mir der Geld. Kostet glaube ich 200.000. Steht nicht. Oder muss das warten bis. 24.000 Milch. Wollen wir mal sagen ob da. Ja. Dann verkaufen wir mal einen Schwung. Bevor wir zu viel kriegen. Lager voll ist. So. Was dann noch mal nehmen. So. Oh. Heiztrecken geht nicht. Nicht schön. Wenn du sehen. Neu. Geht überhaupt nicht. Ehm. Der Hänger wollte ich nicht fahren. Das gilt weiter. Der Hänger wollte ich jetzt fahren. Der Hänger wollte ich fahren. Maßarbeit gleich wieder Dörscher vor Ach nun Geht Zeit Kann man noch was Geht Zeit Wir sind mal hier rüber Auf den Traktor rein und los geht's Heu 10% Plakale 70% Wieder Gas wegen Aber das ist auch nicht richtig voll Ja Blöck berechnet oder so Das ist auch recht Anführungszeichen Cosplay Das wäre besser gewesen Er wäre leer Okay Ah gut Wo kann man das verkaufen Ah jetzt hat er Zeit Ah Lech Die Lech verkaufen wir noch Bolkerei Okay Einen ganz guten Preis Und bei Eilen ist gerade am Fall 1.300 1.400 Das geht So Ich stelle mal gerade fest Das heißt Die Lenker muss ich noch ein bisschen justieren Er ist aber original 40% Und das ist zu spät Das wäre eigentlich auch 6% Zum Glück wollen wir auch nicht weit fahren Ja Und ein bisschen mehr Ja Da haben wir Milch gekauft ne Wir brauchen etwa 2.000 für die Fabrik Für die Mischkotterfabrik Ungefähr Und das sind Rekale verkaufen Entschuldigung aufdosen Dann müsste es gehen Dann wird das manuell bis die Haui nachsammeln da sind die große hausen bei wo sie mir merken denken muss eingestellt werden das soll es heute gewesen sein ich danke für zuschauen ich würde mich freuen über ein like oder ein abo ganz gerne auch das wäre schon alles vor allem auf wiedersehen noch mal wiedersehen und dann mal schütteln wicke wicke